Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Weiter geht's. Erstmal Soundcheck. Passt. Wie mache ich... Wie ziehe ich das jetzt auf? Wie plane ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? So, jetzt schleuchte ich mich von oben an. Geh in Position. Du gehst da hin. Er ist jetzt da. Mal gucken, ob ich jemanden sehe. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Wieso höre ich da von hinten etwas? Was ist das? Ich geh in Ordnung. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. So, die anderen lassen ihn mal da. Warum muss ich eigentlich immer den Gegner durch die komplette halbe Karte jagen? Das ist doch nicht... Ja. Hey, habt ihr was gehört? Was? Was? So. So. Jetzt sind sie ziemlich alle in Position, um vorrücken zu können. Du musst mal nachladen. Wo bist du? Steh. Habt ihr was gehört? What the heck? Aha! Da bist du also. Weg mit dir! Ja. Na also. Bin unterwegs. Bin dran. Auf den Weg. So. Den einen habe ich jetzt schon gekriegt. Aber... Was mir noch fehlt, ist ja ein Muthon und diese... Na. Ja. Hüsaliden. Was? Da draußen ist irgendwas. Ach! Ein... Ein... Ein Disc ist ja auch noch da. Wie ich jetzt höre. Was? Wieso kommt jetzt die Gefahrenmusik? Ich komme zurück. Ich denke, wir gehen durch. Immer weiter vorrücken. Verdammt, Jux. Und so richtig. Was war das für ein Geräusch? Wo ist... Okay. Wo ist dieser Typ? In Bewegung. Waffe ist entsichert. Okay. Das ist doch riesen Kacke. Unterwegs. Ich gebe Gas. Geh in Position. Verstanden. Immer langsam, Commander. Und... Diese blöde Disc! Aua Jetzt triff mal So Mal gucken, was er macht Ja, genau Ja, genau Haha, Treffer Oh ja, jetzt kommen alle auf einmal Warum treffe ich eigentlich nie? Haha, er hat verfehlt! Oh ja, jetzt kommen alle auf einmal! Haha! So! Ja, der nächste ist auch weg! So! 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 Hehehehe! Fehler! Na, daneben! Sie treten den Rückzug an! Wie habt ihr teil? Bestätigt! Du gehst mal da hin! Aber erstmal schießt der hier! Aha! Erwischt! Das ist keine Bedrohung mehr! Was? Das sind noch mehr Gegner? Wie? Wie? Wie könnte er noch mehr Gegner sein? Wieistoirl! Wie ist das? Wie ist das? Gewissen! Ja, wer? Ach, das scheinen doch einfacher Sachen zu sein. Aber einen Cut mache ich hier jetzt trotzdem, denn es wird schon ein bisschen lang, der Part. Hui, das war aber gerade eine sehr heikle Situation, würde ich sagen. Zum Glück hat niemand so richtig, ist keiner dabei gestorben. Das ist gut so. Ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.